Lesley Guten Morgen jetzt und willkommen zurück zu... Let's Play Daisy Set Alone! Oh Gott meine Stimme... Ja, 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 ja! Nein, 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 nein! Ja, 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 ja... Ja, 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 ja... Läuft. Ehh... Ich bin der Mutz! Ja, ich bin der Yuppie! Hallo! Hallo! Yuppie? Ja? Ich hab's nicht in Nachrichten. Was denn? bei mir geht bei mir die welt und heute ist noch nach 16 uhr 49 eigentlich 35 grad oder 33 grad angesagt ja aber mir ist es gerade stockdunkel draußen geworden und es pustet und hustet draußen und ich glaube es regnet schon ich bin mal gleich ein dickes gewinnert das bedeutet ich habe ganz komische nebengeräusche das bedeutet ich kann er nicht ausfüllen das bedeutet nirgendwo nicht ich will sie nicht und ich würde ja okay komme das darf auch eine dreiviertel Hose hier um neuen so um Das bedeutet gleich, dass hier eventuell so ein, zwei Nebengeräusche sind und ja, müssen wir so hinnehmen, ist so. Äh, wir sind wieder auf unserem Pärchen-Zerber. Wuhuhu! Weil die sind ja alle so voll friendly und so. Ne, da lief das mal ganz gut, glaub ich, ne? Ja, natürlich auch. So Hunger und Dirty brauchen wir jetzt ganz viel. Ja, ja, und ich hab schon die ersten Latten gehört hinter uns und da eine steht vor uns. Öff! Eingelegt. Wie da hinten, der, 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 die Tanne haut. Der, der schlägt die Tanne, ich weiß, was kriegst du ein? Bestimmt, Holzfälle. Der legt dich hin. Dann lassen wir den doch hier weiter Holz hacken, oder? Ja, lassen wir den mal Holz hacken und wir gehen weiter. Tschö, genau, tschö. Wollen wir das schnell machen, wir gehen jetzt oben in die eine Wirtschaft rein, dann kurz ins Krankenhaus und dann unter die andere Wirtschaft. Und lassen wir uns kurz erschießen? Alles klar. Alles klar, läuft. Hier war doch auch irgendwo ne Police, ne? Ja, die Stadt ist nur groß, ne? Ja. Wir müssen hier ein Loch hinschauen. Waaat! Äh, zwei Meter langer, 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 langer Spalter eben. In dem der... Ach, jetzt kommt Holzfälle offen zu gehören. Ja, am Arsch. Der will ja doch nur Holz bringen, Mann. Okay, hier sind die Tür noch offen. Ist wieder so ein halbvoller Server. Mal gucken, wie weit das jetzt eventuell interessant wird. Also, die ich am Anfang. Das Ding ist halt, äh, ich habe gerade gemühten, dass wir jetzt hier alles bauen und, äh, ja, äh, dass hier jetzt hier oben sehr viel Verkehr ist. Und das sieht hier sehr geludelt aus. Ich gehe jetzt kranklos. Die Wirtschaft wird auch geludelt, ne? Ja. Die Mulle ist da, hallo! Haha! Und ich bin ganz redig aufzocken! Halala! Ich glaube, jetzt hier war ganz offensichtlich Brunnen. Ich habe jetzt kein Ding drin. Äh, ja, ne, ich glaube... Ich habe eine Pipsi. Ne, eine Spooky habe ich. Und einen blauen Hut. Und eine Pipsi. Pipsi! Kommen wir gleich was trinken, die Beige? Ne, das Pipsi machst du auf Ex-Decke, nochmal. Ja, aber ich habe doch Spooky und Pipsi. Achso! Ich bin doch voll der Gute, ey. Ich bin jetzt gleich ganz oben, Kängers. Ja, am wenigsten Munition finden. Das ist ganz wichtig. Oh, meine Tasche ist voll. Jetzt geht ihr entscheidend los. Was haue ich raus? Haha! Äh, ich nehme mal die Spooky-Dose und trinke die. Am, 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 am. Wie holt die denn dafür die Munition? Habe ich! Wo bist du? Ich bin gerade geraten. Achso, die hängt dann gerade aus. Ja, da in der Nähe. Ja, ja gut, dann komme ich kurz aufs Dach hoch und dann gehe ich hinten runter und dann müssen wir uns ja ein Händchen halten treffen. Ich stelle mich mal um einmal aufs Krankenhausdach. Die Stadt ist aber hier voller Zombies. Also, hier oben stehen ganz viele. Wollen wir mal QE-Tanz? Siehst du mich? Ohne von den Garagen aus. Weißt du, die Garagen halt? Ja, ich bin gerade noch in einer Garage oder ne? Ich kenne mal, ob ich bei Glauben sehe. Ja, ja, da. Ich will dich. Äh, hinter dem grünen Haus. Nichts von dir. Hä? Was? Ach da! Da sind auch noch Garagen. Da sind auch noch Garagen. Ja, ich denke mal, dass das hier so halb geloadet ist, weil hier, wie gesagt, die Garagen waren gerade leer. Also, das heißt, du. Nicht mehr. Du. Also, bewegen sich nicht. Be me hungry. Oh, war ja. Ja, ja, ich komme noch schon mit der Spooky-Dose. Oder Pütsi habe ich noch für dich. Aber ich glaube, die bringt nicht so viel. Seht ihr eine Leiter dran? Ne. Wollen hier noch eine Leiter. Da ist eine Leiter. Das Ding ist, äh, ich möchte aber diesmal in die andere Richtung raus. Ja? Das bedeutet für dich gleich, äh, Richtung Schärmung, die Richtung. Weil, ich glaube, jetzt nicht das dritte, wie du mal da den Weg hoch zum Erd geht. Ja, ja. Weißt du, dann will ich lieber den langen Weg gehen. Und dann haben wir halt auch mehr zu gucken. Lass mal irgendwie zwei, drei Essens-Sachen und Trinkensachen finden und dann losballern. Vielleicht einmal Sack trinken. Oh, Schüsse. Gleich auf dich, oder? Nein. Jetzt, äh, ja, vor dem Krankenhaus, hinter so einem roten Haus. Äh, da steht ein Brunnen. Bin auch bei dem roten Haus. Trink erstmal, kommt ein bisschen was. Aber trink nicht alles weg, so, dass du noch was essen kannst. Das hast du Sassi mal weggemacht. Ja. Aber der Hunger ist halt rot. Der ist knallrot. Ja, hier in meiner Spucki-Dose. Und die Kartocke halt. Oh ja, mein Hunger ist auch dumm rot. Ja, wir werden das, glaube ich, eh nicht weit schaffen, weil... ...die hier vorne schon geschossen haben. Lass mal irgendwie weg hier, glaube ich. Besser ist, weil sonst sterben wir gleich. ...glaub ich. Weil, ja, da oben in der Stadt haben die geschossen gerade. Ich nehme einfach so eine Spühdose mit und spüre die ins Gesicht. Hier sind große Hosen drinne in der Garage, in der ersten. Dann ist hier nochmal eine größere Jacke mit vier Slots. Hier ist nochmal eine größere Jacke mit vier Slots. Kann ich die eigentlich mit dem Pulli zusammen anziehen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, dass du gleich weg bist. Eich traurig! Ja, jetzt aber hier die Straße hoch, ey, denn... ...die hat er ja gerade geschossen. Der ist, glaube ich, nicht so gut. Meinst du, das kommt von da oben? Ja, ja. Komm, wir gehen heimlich durch den Garten. ...die ist hier schon werfli, ey, komm mal heim. Popop tot. Echt so ein Winzer. Wir verhungern oder erschießen, also... ...eiglich ist es egal. Es ist zu weit mit Gaming 2014. Überleb den Yuppie. Ich geh mal in die nächste Hütte rein. Einmal in die Träume, die Räume ruf. Was heißt denn die nächste? Geil, gegenüber. Wo hieß ein Pfirsicher? Ich geh dahinter in das Rudel. Ich geh mal in die Träume ruf. Ich bin nicht so übel. Erstmal ein, zweimal rauf. Ich bin 30% verloren gegangen durch die Marieta. Krass. Ja. Okay. Ich bin jetzt wieder... Ich bin jetzt wieder mit... Ich bin jetzt in die Thermolinde. Ich hab gestorzt, sei mal auch. Ich geh mal in den Hunger erst mal grün. Warte mal, ich schmeiß dir den Rest von der Dose hin. Ja. Wo bist du? Da hinten. Ich hab halt so'n Lappen. Mach fein und mach den Lappen. Ich sag. Ist aber weg. Oh leu ey. Oh leu ey. Ähm, ich bin jetzt ein. Bis gleich. Da sind wir wieder. Hallo. Neues Glück. Und wir haben Regen. Boah, hier bleibt das Zeug ja wirklich nass. Geil. Ich hab immer noch keine für sich Dose. Ja, ich hab's ja auch gesagt, wir sollen sie aufnehmen, aber naja, komm schnell weiterkommt. Ähm... Wie meinst du? Wie meinst du ja, oder was? Irgendwann schon, dass das eingebaut ist. Ich glaub halt nicht. Ich hab neben meinem Ding hab ich wett dran stehen. Ja, ich bin schon so. Schwer, da muss man rausgehen jetzt. Ja. Du bist du hin? Warte. Dann gib mir schnell was zu essen, weil sonst mach ich gleich klappi klappi und so. 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 Steht vor der Straße. Klappi, so klappi und so. I'm extremely hungry. Hint? Uh... Oh! Oh, oh! Oh, oh! das ding ist halt dass sie auch immer so umlangen wo es dann auch kurz extrem bluten schnell ja mir aber auch glaube ich nicht irgendwie die blitze hat schon habe ich gesehen haben müssen ein bisschen angst zufrieden und wir haben auch noch am olo am olo das ist ja auch ganz schön auch die flüssig den europäischen die wir da die europäische was kommt schnell sind wir noch dauerndis so was hast du denn er weiß jetzt rede ich mal offen über meine frühe und das ist gar nicht wir haben mich jetzt und umlegen und stehen ganz viele auf der straße und dass die hier nicht nur springen doch ich habe stücker gefunden ich brauche ja nur mit stöckern wohnen hock aufs hoch bei mir schlagen oder hörte ich? ich mach du wuedem denn mal über den Muni? oh gott, oh gott, oh gott, oh gott,助h Botuny! weg doch die scheiß Knarne, jetzt weg hier Dankeschön. Mein Gott! Leg dich hin! Hast du die Runde gefallen? Hast du die Runde gefallen? Nein, ist er nicht. Oh, ich hab auch gerade gedacht, wo sie denn jetzt sind. Hast du die Runde geschubst oder was? Leg dich hin! Bleib am besten! Gleich! Legen! Ein blödes Stück. Großes Feind. Hier liegt Schrotmulli. Gummifotzen. Oh Gott. Hast du schon wieder das böse Wort gesagt? Nein! Kannst du dich jetzt mal zusammenreißen? Das ist sehr ekelhaft mit dir. Deswegen bin ich immer so aggressiv, wenn ich streamen. Das kommt alles vom Yuppie. Der hat immer so eine Gefühlsausbrücke. die ja nicht nur noch ein Trolle hat, nur die immer voll aggressiv sind. Die ja nicht. Oder wie? Oder wie? Oder was? Ja. Oh, der Looter hier wieder. Ja. 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 Boah shit. Helft mal. Die sag doch mal. Die hab die halt schreien müssen weil.. Musst du auch gleich die alle nehmen. es läuft doch nicht immer an mir vorbei da kommt noch ein ne? blöde Nimm mal die Waffe sonst, weil sonst ist nicht Schluss. Boah ey, was, nur ein Zweischutzdinger. Geh mal weg. Ich glaube, ich ergebe mich. Ja, so ergeben. Schnell verbannt um Dingsen hier. Ich hab Hunger, ey, krass. Ja, wir haben jetzt auch hart gekämpft, ne? Ach so, okay. Ja, fein. Ich sag mal, schön Dank für die Rettung, ne? Danke, danke. Wenn du die Rettung genauso gut fandest wie ich, dann schreib eine Bewertung und einen Daumen oder oben irgendwie. Äh, ansonsten, äh, in der Infobox links für Facebook, Twitter und Twitch eben halt. Vielleicht in jenen Abend. Und, äh, danke dir zu sehr, wie ich gesagt. Ich bin jetzt raus. Und Juppi? Tschüss. 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 Bis zur nächsten Folge.